Entschuldigung so. Ich möchte, dass es 8 Uhr wird. Wir haben genug Zeit, wir haben genug Zeit. Wir haben genug Zeit. Vielleicht zum Bürgermeisteramt, sehen was dieser soll labern. Ja, Unruhestand kann schon verwirrend sein, finde ich. Was falsch macht. Irgendwie haben wir heute ein bisschen Zeit totgeschlagen. Einmal. Einmal. Ab wann ist geöffnet? 10 Uhr! Ach, leg mich, ich geh weg. Ist mir zu lahm. Nach Süden, nach Süden, nach Süden. Zum Observatoren bringt es mir eh nichts. Jetzt pisst es auch noch. Dankeschön. Mist, über das Deko bin ich einfach schneller. Ähm, ja. Da, noch die zwei letzten Herzheilie und die Hasenohren. Wir sind ja in der Reihe vor. Ja, ist gut, chill. So, tschüss. Okay. Jetzt erst mal... Da hin. Da hin. Wo ist ein Gegner? Der, den weiß ich mittlerweile wo es ist. Ich wollte zumindest wissen. Da hin. I wanten. Da hin. Wir sind hier. Wollen wir... Juhu, los. 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 Ach komm schon, wir sind eh Zeit-Torstand, was soll's. Nein, man kann hier nicht rasieren. Was soll das hier sein? Ich hab's sonst auch immer gefunden, also. Oh, da bin ich sehr erschockt. Okay. Ich muss irgendwann mal den Wutz gesehen. Ui! Mach'n Scheiß mit mir so. Ja! 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 Gut, dann machen wir schön rein. So kennt man ja auch so klein auf dein Pumpfeld. So, bis bald auch. Sehr schön. Dankeschön. Okay. Äh, hallo? Keine Münzen? Nichts. Ach, meine Münzen. Ich wisse meine Rubini. Gut, als armer Schwein geh ich weiter. So, kann ich das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich da am Baum vorbeigehe? Aber das kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Ganz, ganz genug links gehen vielleicht schon. Ich meine, die Zwischensequenz nicht. Na, hallo? Ich will nicht da durch! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Lass mich! Lass mich! Dann halt! Seht mal die Geschichte! Oh! Ich kenne diese Zeichnung! Teil und ich haben das zusammen mit dem Horki gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Er sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Na, wer ist denn da? Übrigens hatte in der Ursprung-Version die Horki schwarze Köpfe, aber weil das nicht so gut ankam, dann ist es an Hölzern gemacht. Mir ist sowas eigentlich egal. Wobei Holz, Holzkopf passt ja zu den verlorenen Wäldern. Na, jetzt sind sie gut drauf. Na gut, ich meine, es gibt ja keine Horkiz, die nicht Bengel sind. Horkiz sind ja Kinder, die sich im Wald im Verlohren-Wäldern verlaufen, also keine Kukiris sind. Und die Erwachsenen werden, glaube ich, nämlich zu Pflanzen oder zu diesen Ochblins. So, freut der Künstler. Okay, dann hat man das auch gesehen. Ich kenne es zwar schon, aber gut. Es hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass es mit niemandem mitspielen wollte. Niemand mit ihm. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Schlechter Einfluss. Habt ihr die Mario-Maske gesehen? Ich hab's wieder verpasst. Aber da sieht man sie. Und dass es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte. Okay. Sie müssen, sie müssen letzten Tag warten. Und dann kommen wir weiter. Und nein, hinlern muss ich nicht. Das bringt eh nichts. Alter, das kippt mich so langsam. Gehen wir mal dahin. Sehr, sehr gut. Ich wohne nicht hier hin. Verdammt, ich wohne die Milchstraße. Aha. Wir haben das Ganze auch sparen können. Irgendwann in diesen Themengebieten ist immer das selbe Musikthema. Nur immer anders unterlegt. Ich bin zu alt, dass ich nicht ständig die Frequenzen nahe schauen muss. So, ein bisschen Koi haben wir jetzt auch. Zu mehr Strasse wollte ich ja, ich tepp. Das haben wir auch bekommen, oder? Gleich hier drüben. Wo ich meine, einer bin. Ich brauche eh. Ich verliere eh. Nee, wie gerade... Uh! Wie gerade nicht. Was ist das? Ja, der Geier da. Ja, der Geier da, der... Ja, ein Herz. Danke. Wieder volle Pulli da. So. Ja, aktivieren. Wo ist denn? Aktivieren. Aktivieren. Ah, nervt nicht. Ja. Was ist denn eine rote Fee? Das habe ich hier gesehen. Weg? Doch, nee. Okay, lass mich halt nur ruhig. Gut. Hier brauchen wir wieder... ...den dritten Tag. Machen wir doch auch's gut. Sehr gut. Nach des zweiten Tages, ich brauche aber noch... ...den Morgen. Also, er braucht ihn noch. So. Ja. Gut. Dämon des letzten Tages, es war überleiben. Ihr wisst ja, wie viel. Gut. Gut gemacht. Oh, der Weg ist nur wieder frei. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Okay. Die Romani-Range. Okay. Und jetzt kommen wir nichts mehr zurück, weil es nicht verpackt ist. Ich kann nichts mehr sagen, es ist, es ist, es ist momentan ein bisschen... ...der Weg ist auch nicht verpackt. Sieh doch! Hm? Epona, alte Scheune. Was machst denn du da? Ist das nicht ein Pferd? Na ja. Hallo. Epona heisst übrigens die Kriegsgöttin der Gallier. Wer's nicht noch nicht wusste. Sorry. Okay. Wer bist du? Der bebt auch schon. Du? Hallo? Ich mit dem Hund. Mit dir? Hä? Du? Wie? 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 Die haben... Die Erwachsenen, Marlon. Und hier Kremia. Oh, es tut mir leid. Ich bin... Ich bin ein wenig abwesend. Meine kleine Schwester... Meine... Sie... Sie... Was soll ich mir noch tun? Unsere wertvolle Kühe... Hätte ich doch nur... Romanes Geschichten lang geschenkt? Kremia, die Besitzende Wensch... Die sexy... Ich wollt nicht... Na gut. Ja, die werden wir auch noch trösten. Und die dann uns. So, ja. Gut. Dann... Gehen wir noch zum Hühnerstall. Wenn ich dann die Maske habe, ey. Ganz ehrlich. Moped wäre auch nicht schlecht. So. Ich brauche Küken. Da ist der Oberhammel. Na, was läuft, alte Scheune? Mein Grossvater hat es mir gesagt. Der Mond, der Feldbau darunter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fährt, ist die Range auch hinüber. Ah ja. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlen hier zu Stolz und Hähne werden. Der Grog. Der steife Grog. Gut. Nein. Dann hat er es ab. Äh... Wo sind die Essenhühner? Dass ich richtig anfange. Hier nix, hier nix. Gut. Dann fangen wir hier mal an. Marsch! Du, 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 du. Ja, alles ist eine Ratenfänge von Hammeln. Warum, dass ich hier auf Bremenmusikanten komme? Egal. Wir machen es einfach mal. Und ja, man muss BG durchtauchen. Ich glaube, es wird auch noch schnell gehen. Man kann auch nicht schneller gehen. So, hey. Doch, es hat noch viel Licht. Hm. Die Schlange wird viel länger, die Kolonne. Immer gedrückt halten, immer B gedrückt halten, sonst ist die ganze Sache für die Katze. Wenn wir vorne anfangen. Reicht schon? Ich sehe keinen mehr. Nee, fehlt noch. Ach man, wo ist denn noch das letzte? Na, das hasse ich an dieser Aufgabe. Man, ist so lang. Ewig Zeit haben wir auch nicht, wisst ihr? Die Welt geht runter. Wisst ihr noch, seit 2012 das Theater? Oh Gott. Gut, ich habe es eh nicht geklappt. Ganz ehrlich. Hallo blödes Küken, wo bist du noch? Das bist du als einzige noch zu einem Chicken Nugget. Ah, da hinten, Megan. Ich glaube nicht. Ich habe doch danach geschaut. Ach du, ich könnte dich gerade zertrampeln. Nein, natürlich nicht. Hallo. Dankeschön. Das hat noch gefehlt. Kontakt. So was nennt man Zeitfresser? Jo, erschreckt mich einfach. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles an, egal, ich bin absolut zufrieden, hier, ihr kannst mich haben. Yeah! Die Haselohren! Natürlich geht die Wildnis auf mich rüber, yeah, sie sind alle zu hähnig geworden, hey, der hat voll die gute Laune, ja, ich muss ihn natürlich erst abziehen und nicht die Ocarina, Linkyboy. Da gibt's jetzt die Haselohren und weil ich nicht rauskomme, ohne dass er es packt, spiel noch kurz die Hühne der Zeit. Nee. Ah. Ah. So, es geht alles weg, hab ja mir eh nicht kamen was gesammelt, also was soll's. Ja, viel verlieren tun wir eigentlich nicht. Verlieren wir irgendwas? Ja, ein, zwei Rubini. Waren da Rubini-Verschäfte, die ich nicht gesehen hab, hm? Wer weiß. Gut, dann würde ich sagen, wir holen noch das letzte Herzteil. Gespeichert ist das ein Glück? Oh, es wird auch gespeichert. So, ein bisschen Haselohren, geht das ganz rucki-zucki. Wir müssen nach... Osten, genau. Sonst haben wir alles gemacht. Nee, nach Westen. Nach Westen. Ich muss nach Westen. Oh man. Spitzwixer nicht mehr die Balladiskrone-Osten. Wahrscheinlich, wenn ich dann weiterspiele. Wahrscheinlich eh. Die Himmle nochmal spielen, dass wir ganz von vorne, ganz richtig Zeit haben. Jetzt geh mir's auf den Senkel hier. Schnauze du, sonst steck ich dir das Schwert sonst wohin. Hast ein Loch mehr. So. Ach, ist das schön. Schön, Bewegungsfreiheit. Und auch die Teilität der nächsten Gegner sind dann viel einfacher. Gut. In das Loch hier müssen wir rein. Auf die Romani-Range kommen ja nur, wenn man auch... Ne? Wenn man auch die großen Bomben hat. So, das geht mit. Dem viel besser. Ja, 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 ja. Dordongo. Gab's die eigentlich auch bei Press of the Heart? Ich weiss gar nicht mehr. Eigentlich gibt's sie ja in jedem Teil, aber... Mein ja nur. Ja, das ist ziemlich gefährlich, was wir hier machen. Nicht zu neu kommen. Nicht zu neu kommen. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Mach keinen Scheisse mit mir. So, gut bis jetzt. Lass mich mal durch, bitte. Übrigens, keine Hinterläufe. Warum auch immer. Oh, da war ich ja richtig. Hör auf dich zu drehen, das nervt. Ja, 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 ja. Ich nehme extrem Energie, ja. Wahnsinnig sogar. Lass mich mal... Auch wieder nerven. Ha, ich war zuerst. Immer in Bewegung bleiben. Immer. Oh, oh, oh. Nicht gut. So. Hey, hey. Ich mach wie mein Hund, wenn er was will. So, nicht in die Nähe gehen. Der explodiert. So blöd. So blöd. So, der hat schon mal einen grossen Kristall liegen lassen. Und du bist auch weg. War doch gut. Mit den Hasenohren geht das viel besser. Okay. Ja, 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 ja. So, wir haben unsere Unterbieg zusammen. Und das vierte Herzteil. Oder? Mal richtig gerechnet. Was? Was? Noch eines? Ne, kann nicht sein. Warte, noch... warte jetzt mal... Wo hat denn noch eins? Der Kamau? Die anderen finden ja... Also das Deko-mini-Spiel. Der... Der Tanz. Das Dojo. der da auf dem baum das sind vier jetzt da sie eins da noch eins das da beim uhrturm haben wir alles gemacht was hat man bekommt man hat fünf das gemeint hat man fünf jetzt bin ich verwirrt was habe ich denn vergessen dem klo habe ich geholfen ich weiß es nicht das habe ich geholt ich müsste es eigentlich fünf haben etwas stimmt jetzt nicht die Bremen Maske haben ich muss das mal nachschauen ja es war da beim dem Dings beim Helioflobel den ich besiede wieso ich das Herz nicht genommen habe weiß ich auch nicht so damit haben wir jetzt alles was ich wollte und wir gehen dann in den Sumpf als erstes wenn das Let's Play weiter geht gut danke fürs Beisein bis jetzt und Daumen hoch bis dann tschüss